Servus, ich bin der Michi Böckers, staatlich geprüfter Berg- und Skiführer und im deutschen Bergführer-Lehrteam und ich möchte euch heute zeigen, wie man die Marco Alpinist super effizient vom Fahr in den G-Modus umstellt oder umgekehrt. Ich habe jetzt hier schon die Ski aufgefällt und bin eigentlich soweit fertig, um auf Tour zu gehen und was ich normal mache, ist, dass ich erstmal hier die Ferse so drehe und dann gleich die Steighilfe in so eine aufrechte Position bringe, weil da kriege ich sie super leicht mit dem Stockteller und dann muss ich mich jetzt noch um die Bremsenverriegelung kümmern. Hier hinten hat es diesen Metallbügel, den kann ich entweder einfach einmal so reindrücken, wie ich es gerade gemacht habe oder ich lege den Ski gleich auf den Boden und kick hier hinten ganz leicht gegen den Metallbügel mit der Schuhspitze. Das funktioniert auch super. Genau hier mache ich gerade schnell das gleiche und ein leichter Kick hier hinten gegen den Metallbügel und jetzt ist quasi diese Bremsenverriegelung aktiviert und ich kann direkt einsteigen in die Bindung und gleich beim ersten Schritt, wenn der ein bisschen beherzter ist, wird die Bremse verriegelt. Also das ist wirklich so super einfach, kann man direkt auf Tour gehen. Okay, jetzt sind wir für heute schon am Ende der Tour und jetzt müssen wir natürlich vor dem abfällen, schauen, dass die Bremse wieder entriegelt ist und da gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Die eine ist, hier hinten zwischen den zwei Pins mit der Stockspitze einzufädeln und dann diesen Metallbügel nach hinten zu hebeln. Seht ihr, da ist die Bremse ganz schnell entriegelt und die andere Möglichkeit zeige ich euch gleich. Dazu müsst ihr aussteigen aus der Bindung und dann eigentlich den Ski in die Hand nehmen und hier hinten hat es dieses Bändchen und an dem anziehen und auch dann ist der Stopper ganz schnell entriegelt und jetzt müssen wir eigentlich nur noch umstellen, die Bindung in den Fahrmodus, abfällen und die Abfahrt genießen. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank.